Reality-TV-Fans aufgepasst! Love Island bekommt schon bald eine Promi-Staffel! Das bestätigt der Sender in einem offiziellen Statement. In diesem Jahr ziehen zum ersten Mal bekannte Persönlichkeiten in die glamouröse Villa ein. Doch auch die prominenten Islander sind in der VIP-Auflage von Love Island auf der Suche nach dem Traumdate und der großen Liebe. Vor allem Love Island-Moderatorin Sylvie Meist ist total begeistert von der neuen Sendung und schwärmt, Dass wir in diesem Jahr VIPs verkappeln, finde ich großartig. Ich freue mich auf ganz viel Spaß und Glamour. Laut Medienberichten stehen bereits zwei bekannte Gesichter fest. Trash-TV-Star Luigi Biroffio mischt wohl bei der neuen Datingshow mit. Außerdem heißt es, dass The 50-Star Yassin Mohamed ebenfalls in die Villa zieht. Ob das stimmt und wer sonst mit von der Partie ist, bleibt aber noch offen.